Herzlich Willkommen zurück hier bei Oblivion und ich suche jetzt gerade den Höhleneingang, um da rein zu bekommen wieder. Weil wir müssen ja irgendwie wieder da reinkommen. Und da suche ich doch einfach mal ein bisschen, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass er wieder am Ende so ist, wie beim letzten Mal, wo wir in den ersten... Ne, wann war das? Zweites Oblivion-Tor, was wir glaube ich beschlossen haben. Und da war der Eingang zu dieser komischen Höhle ja weit weg, also am Anfang, ehrlich gesagt. Oh, ne Biogas-Pflanze. Ne, das sind Biogas-Pflanzen. Ja, das sind die Biogas-Pflanzen, die nicht hier. Die nicht. Ne, Blutgras brauche ich jetzt nicht. Ich finde nichts hier. Ja, wahrscheinlich, weil ich die ja schon kenne, die Sachen. Äh, wird das nicht mehr angezeigt so doll, dass ich's... Dass es was nützliches... ...ist. Das kann natürlich auch sein, dass es Datenhöhlen lang... Blööööö. Jetzt kann ich schon nicht mehr reden, jetzt muss ich hier gucken. Ach, wo ist der denn? Ach, da. Und rein da. So, mal gucken, wo ich her muss. 13 Gold. Schön. Boah, ich seh... Also, ich hier am PC seh wirklich nicht viel. Ich tu mal wieder ne Fackel... ... in der Hand. Aber so viel besser ist es jetzt... ... auch nicht. Sehr schön, dann rede ich mal hier runter. Vielleicht ist da... ... der... ... Ausgang. Oh, oh, das war wahr. So, den hätte ich. Nö, das ist ja dieser... Ach, guck mal an hier. Hier kommt man runter. Das ist so ein... ... Kreissackgassen-Dingsbums. Da muss ich gucken. Woher dann da? Ja, ja, da ist nirgendwo noch. Wieso seh ich die eigentlich nicht? So, wir sind in der Höhle. Oh, da krieche ich einen Anruf. Toll. Warte mal, ich breche mal die Aufnahme eben schnell ab. So, da bin ich wieder... ... kleinen Anruf bekommen, aber das ist jetzt egal. Bin noch nicht drang gegangen. Hab einfach gewartet, bis es ausgeklingelt ist. Und jetzt... ... geh' ich wieder hier zu diesen... ... Sauna-Dichtern. Ich glaub' ich... Oh, wo muss ich denn jetzt her? Ähm... ... da wirkt zum Beispiel... Ach, nö. Hab' ich noch einen Reparatur-Hammer? Oh, ja. So, dann hab' ich das auch. Jetzt kann ich wieder hier hergehen, aber ich finde diesen... So, und daher. ... noch die Vinole schon wieder? Hm, wie kommt mir das so ein bisschen gleich vor, jetzt hier? Ich weiß es nicht. So, dann guck' ich mal... ... ne, ne? Ist das jetzt... ... ne, da scheint der richtige Weg zu sein. Hmm. Jetzt habe ich keine Reparaturammer. Jetzt muss ich mit dem Bogen hier durchgehen. So ich speichere mal vor jetzt habe ich nur noch den Bogen. Gucke ich einfach mal wie ich das so schaffe. Ist doch blöd jetzt. Mal wieder mit. Jetzt muss ich hier mit Eisenpfeilen rum. Schön. Diesen Eisenpfeil nehme ich mir mal wieder, weil ich brauche die auch noch. Daher. Und speichern. Woher, woher, woher. Ja. Ja, da. Knochen brauche ich wahrscheinlich nicht, aber jetzt das wieder. Ach Gott, jetzt mit dem Fallenbogen hier. Und der Fallenbogen geht ja auch noch irgendwann alle. Oh, warte mal. Ne, hat nichts. Steine, die runterfliegen. Und die mich aufhalten würden jetzt. Und die mich aufhalten würden jetzt. Okay, die Falle kann ich da jetzt nicht nehmen. Egal. Egal, jetzt muss ich einfach nur gucken, dass die Pfeile auch reichen. Hier sind so viele Viecher. Gut, das hätte ich auch. Und ich glaube, da ist der Eingang gleich. Hoffe ich mal. Frag mich, ob ein Bogen auch kaputt gehen kann. Müsste ich eigentlich mal so lange testen, bis es... Komm, den nehme ich jetzt nicht mit, aber ich muss jetzt hier rein ohne Schwert. Nur mit dem Bogen.